Platz 6, die Stadt um 127, Mario Di Gallo. Platz 5 in dieser Gasse, die Stadt um 124, Roland Hutter. Platz 3, die Stadt um 125, Herr Erwin, grüß er. Entschuldigung, wir sind auf Platz 4. Habe ich ausgelassen. Ich zähle nur die ersten drei. Platz 4, die Stadt um 128, Herr David Hermit. Das habe ich eigentlich in Platz 3 schon beraten. Der geht nach Tirol, die Stadt um 125, Herr Erwin, grüß er. Platz 2, die Stadt um 149, Herr Stetzer, grüß er. Platz 1, die Stadt um 123, Herr René Plaschek. Platz 1, Sieg in dieser Gasse, die Stadt um 123, Herr René Plaschek. Platz 1, Sieg in dieser Gasse, die Stadt um 123, Herr René Plaschek. Platz 1, Sieg in dieser Gasse, die Stadt um 123, Herr René Plaschek. Platz 1, Sieg in dieser Gasse, die Stadt um 123, Herr René Plaschek. Platz 1, Sieg in dieser Gasse, die Stadt um 123, Herr René Plaschek. Platz 1, Sieg in dieser Gasse, die Stadt um 123, Herr René Plaschek. Platz 1, Sieg in dieser Gasse, die Stadt um 123, Herr René Plaschek. Platz 1, Sieg in dieser Gasse, die Stadt um 123, Herr René Plaschek. Platz 1, Sieg in dieser Gasse, die Stadt um 123, Sieg in dieser Gasse, die Stadt um 123, Dankeschön. Ja, danke allen. Und wir machen jetzt 20 Minuten Pause. Das heißt, dass wir spätestens in 30 Minuten weiterkommen werden. Und konsumieren Sie ein bisschen bei unseren Ständen, bei Sportgeist und Sportdauerung, damit uns die Firma dann nächstes Jahr auch wieder unterstützt. Danke.